hallo und willkommen zurück bei creatives mit dem trager der ja nur scheiße baut und mir zum abbauen da nicht zu bauen ja aber du sollst da abbauen wo ich nie bin so warst du jetzt das ach du hast ja gesagt ist es voll das wollte ich eigentlich in der pause machen jetzt mache ich das doch jetzt nee das wollte ich in der pause machen das mit dem eis das stimmt nie ganz ich wollte eigentlich mein inventar in der pause auslernen so ist richtig beziehungsweise deine kiste auslernen drei rezepte ich weiß nicht wurde das immer alles herkramt ich kriege die krise der hat eis mitgebracht das ist schön jetzt machen nämlich was ganz cooles hoffe ich wir bauen jetzt ich brauche gunpowder leder und kohle gunpowder leder noch also leder 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 und gunpowder so warum ist ja kohle achso falsch rum und kohle somit gibt es jetzt korrekt so dann was ist das für eine force bomb um die oma bauen machen wir einfach wo bist du korrupted stone und lumi zwei stück aus das teuer ist mir egal musst du neues holen weg ist dort nein jetzt nie ich baue jetzt ich baue jetzt alle möglichen bomben bloß mal so nebenbei erwähnt da ist der sie ich weiß nicht feier dazu brauche ich heute mit lava und obsidian obsidian und diese lava wir haben alles da 1 2 3 und mir ist die kohle ausgegangen steht ich habe zu viel gebaut steht wir brauchen kohle doch von jedem bloß 2 bauen sollen und die 3 wir müssen aber fix kohle sammeln würde ich sagen auf einer ebene die nie ganz so weit unten ist denke ich mal oder weiß ich nicht gerade ich bin gerade am überleben ach so ich habe mich einfach mal nach unten gebaut wegen lader aber dabei fest nee nee das noch nicht in dem see mit viel heilendem wasser runtergekommen du kannst übrigens in dem heilenden wasser dich heilen hier steht noch ein extraktor mit kohle fertig abgebaut natürlich magnetiter hier ist noch alles dunkel hier war noch keine sau aber ich glaube hier gibt es ja nichts mehr nehmen wir die lampen mit ja ja ich weiß noch nicht warum ich dann wieder hoch geworfen würde da oben geht es ohne lang ich wollte kohle sammeln verdammte axt du hast ein lavasäe gefunden das müssen wir uns jetzt wahrscheinlich klammer angucken war und dann testen wir gleich mal die frühe aber kein wortel ne ist egal ich will ich ja nie wo du bist das ist eigentlich doof ich will eigentlich noch kohle jetzt habe ich immer angefangen jetzt will ich kohle sammeln schnell auch an die lange mit den großen extraktoren ja es sind außerdem noch extraktoren mit kohle drin das ist sehr praktisch die hängen nur so rum ach klubschi hallo klubschi auf die mütze oh tschuldigung der hat mir auch übelst das live abgezogen nämlich gar nichts also wenn Wasser auf Lava trifft passiert gar nichts merkwürdig na klubschi was ist los ich kann nicht mehr einsammeln ach das ist doch echt echt voll doof ja Knochen weg so was haben wir noch einstecken was man immer brauchen ein stein sehr sinnvoll ähm das schwert bringt äh gut den Rest brauche ich aber das ist ein bisschen doof obsidian ohre brauche ich jetzt nicht mitnehmen ich nehme das ohr mit so klubschi 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 zwei schläge brauchte ähm obsidian ich kann niemals die Menü kommen wirst du das es ist schön ich hab's ausgestellt ich hab's jetzt gerafft wie das ist obsidian ohre das brauche ich jetzt nicht mitnehmen das ist überflüssig ich wollte ja die Lampen wieder mitnehmen hier gibt es überall etwas wir wollen wir schon mal überall aber irgendwie hier sah das so aus als wären wir ja ist der andere den ich obsidian ich brauche kohle du bist jetzt bei einem lavasee sagst du ja wenn du oben Richtung warte warte ich bin doch noch nee ich habe ja noch in gang warte mal ab bevor du es mir erklärst ganz einfach sagen wenn du oben aus dem haus raus gehst wo ich die wo du die tür noch bauen musst du oben bei mir überlegt gerade wo es gelangt ging verdammt da siehst du dann ich bin jetzt in der wasser 33 planen bin ich ich bin jetzt in der wohnung ja und weiter ich hab den im spiel hoch oben und das dach ach so du hast ja diesen komischen eingang da gemacht genau und jetzt da nachts wenn es da wurden wir ins nachtzimmer die ganzen fischer kommen können du wolltest du bauen ähm du gehst da hinten raus ich will da keine tür reinbauen ich will dass hier der berg bleibt du geh da oben raus bin ich doch ach Mensch dann gehst du ganz leicht nach rechts so richtung richtung äh strand da siehst du drei pylonen ich sehe keine piloten drei grüne streifen müssten da oben sein von der helium bacon am wasser also die zwei sind im wasser und einer ist am strand äh ich sehe keine warte ich komme nochmal zu dir ich sehe unsere bloß mehr sehe ich nie ja knuscht bei kopp da moment ich finde das hier eh nie wieder cool ja ich würde diesen aufmerksamheden beitragen mit Ja so ein bisschen tricky dahin zu kommen so ein bisschen tricky ja und es gibt zucka 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 hinterher mit der nach rechts sagt er und ich lauf nach rechts und du läufst jetzt geradeaus doch doch rechts hält der nationen echt hier sind sanzstein abgebaut darum jetzt hier kommt Reden jetzt jetzt sehe ich so hoch ja aber wenn du gerade gerade und leicht schräg dabei läuft rechts gelaufen ich bin rechts gelaufen wenn jetzt hier guckst hier ist irgendwo verdammt ich habe vergessene lampe zu setzen irgendwo hier ein loch im boden reingehauen im wasser oder hier ne vorm wasser das habe ich auch mit alter bist du heute ich möchte lampe und dann ja und dann gehst du da wo das so helle ist da gehst du raus wo ist denn das helle an der hier hinten nach hier da wo es hier leuchtet genau dieses komische kleine ding der hergekommen ist machst du immer so platt wollte mich angewöhnen zu setzen ja aber ich wollte gerade sagen was hästen du davon und die frage dann habe ich mich eben noch mal ein stückchen unten runter gebaut ich weiß nicht genau hinter falter hier klopfen ausstehenswasser oder was hast du angst du weitschei der club hier hat angst es soll ich umbringt da unten geht es irgendwo hatte ich doch hier noch doch irgendwo hier runter gebaut stumpf ja so stunden ich habe mal ausgeleuchtet was ist das kohle 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 ist gut kohle ist kohle hast du gerade extraktor kannst du ich habe ich habe selber extraktoren ich musste bloß auswählen mal gucken wo dieser eingang war wo ich mich dann runter ach hier habe ich mich runter gebaut in wiederhinter so gleich sind das hier wo ist denn das wo ist denn hier moment ich baue mich einfach noch mal runter du bist hier siehst du mich das wasser ist ja du bist ja hier ich komme nicht so richtig runter jetzt doch ja es ist ein bisschen doof mit strömung und so ich brauche jetzt einfach hier unter dass mich die lampe und da ich weiß dass der boden ist war da rein verdammt so jetzt lass mich mal hier licht machen wissen ich krieg's nicht ich komme doch da nicht hin wo ist die lave ja die lave ist noch ins tiefer wir müssten da hier noch mal ganz ein stück runter habe ich keine mining cell mehr ja ich muss aber auch erst mal hier da wo dieses grüne licht ist da brauche ich ein loch da geht es einfach hin wie war genau zwei oder drei zentimeter daneben ab durch die hielbäcken wo 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 hier weg hielbäcken und geht zur zweiten hielbäcken ist mir noch eine so die ganzen hielbäcken da zieht schnieke aus hier es ist das zu tun so an dich wenn du in der nähe bleibst wenn du in der nähe bleibst dann mache ich jetzt mal was das 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 ja ach da wird das horten nöt und das ist ja toll und dann läuft was er drüber nein jetzt gibt es die tüte 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 das kümmern dem so schauen gut was hätte man noch ich habe noch ich habe noch ich habe noch eine force bomb das bräuchte ich aber mein gegner und das wäre natürlich ja ich weiß du brennst ich nehme ich nehmt mal überfolge mal ein anderes Ziel das Vieh das wackelt so lustig rum so jetzt kannst du herkommen Junge oh jetzt Lava was mache ich denn damit ich treffe sie weg ich schmeiß den irgendwie weg ne ich hab doch noch irgendwelche Bomben ich bin hier gerade okay ich muss doch erst mal umbringen da macht mir zu viel Schaden sonst um ich hab doch noch welche ich hab doch ab ich weiß es wieder haa und da bin ich bei meinen Lumi-Crafting teilen siehst ich wusste doch dass ich die Dinger gesetzt habe wir brauchen aber von unserer Mine aus noch irgendwie ein Weg zu den Lava-Ding hier bei unserer Mine einfach das Ding du siehst aber jetzt nehmen jetzt nie wo ich bin oder hoch doch ja cool ich bin im Hazard unten ja ich sehe aber deinen Namen nirgendwo und du meinst sicherlich auch nie nee dazu bin ich soweit aber ich habe gerade eben das Leuchten unseres Lampen von das ist habe ich das habe ich auch gerade gesehen jetzt ausnahmsweise mal dazu gibt es wahrscheinlich die Freeze Bomben damit ihr komm her komm her du darfst herkommen hätte komm her schön der hatte drei dabei das ist gut ich tue den mal jetzt diese Biohazard hier das viel das hat sogar geholfen das hat sogar davon Schaden abgekriegt bei dir ging nach der zweite Wasserhahn runter da oben ich hab da oben hier zwei da oben hier zwei wasserfälle gebaut ja jemand in anderen dann kommst du ins Biohazard okay das Ding auch als Aufzug benutzen kann ja komm her so und da schießt es aus dem Loch ja ich hätte aber gerne von unserer Mine in der Ebene dann zu unserer weißt du wie ich meine ja da muss ich mir eine Bacon bauen du musst die Bacon verteilen bis zu unserer Wohnung das wäre eine Option ist aber kein Problem ich weiß wo die wo die wo die Mine ist wenn du hier in das nächste Loch reingehst siehst du was ich meine ja 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 ich bin gleich unterwegs du hast auch mit keinen Helm mehr das ist gut zu wissen aber du brennst ich würde hier ins Wasser kommen das heilt ich setze was man haben oft das finde ich eigentlich auch eine ganz optimale Idee hoch da Tata so so ähm ach hier jeser es hat er hat er unter der Geisch voll steil die tt 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 okay wenn er nicht mehr einfach mal hier wo es nicht leuchtet ich nehme erst mal den Extractor mit dem Tier ja den hat ich jetzt eigentlich schon mitgenommen oder egal er hat das nächste hast du auch ja jeden Fall ich kriege ich kriege grad Biohazard ab ja dann bleib im Wasser da kriegst kein Biohazard ab ich will jetzt zurück weil ich will eigentlich könnte ich mich hoch teleportieren ja nee nee der Teleporter ist doch hier in der Nähe ich hab nach eben gesehen macht aber kein Stress jetzt du wirst auch ein Weg finden ja 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 warte ah klubschi hallo das würde orientieren ne ich weiß nicht warum hält das so viel aus wo macht man damit trotzdem Kindschaden eine Ahnung ist ne gute Frage gute Frage ich kann kein Grabdast einsammeln aber davon haben wir ja zum Beispiel nicht wo ja ich will sich auch nehmen ja ich hab's doch aber eben ich hab' immer ins Unruhe ist ein paar Jahre die ist die nächste die Welt nur ist nicht bei einer Leiche auf jeden Fall was soll man die Welt nicht durch die Welt einfach mal heil mich heil mich heil mich danke haben wir einen Weg mit heil Becken ist vielleicht gar keine so dumme Idee ja da sieht nur oben bisschen doof aus ne weil die da durchgehen das ist auch nicht so schlimm stimmt die gerne einfach durch alles durch ja ja hui hui ah jetzt noch ne extraktor gewesen schön da drüben ist Licht ja warum ist da Licht da muss ich jetzt gucken gehen weil ich dann da schon war irgendwo hier in der Nähe überall wo ne Lampe ist ist das meistens ne extra ach hier ist Diamant deswegen steht ja ne Lampe wahrscheinlich ja hier Becken ja okay danke äh ja ansonsten wüsste ich jetzt gerade von hier aus Gorni weiter muss ich sagen ja ich finde ich ja immer mit Ruhe ich würde jetzt aber an dieser Stelle mal die Aufnahme beenden entweder brauche ich mich der Weile hoch oder äh ja ich würde mich lieber hoch oder dich mal ähm teleport tschüssi klubschi tschüssi tschüssi winke winke oh na danke du Arschkopf da hat er mich doch noch gekriegt war schon auf einer Sekunde ja Junge ich seh dich nicht mehr ich kann nicht auf dich einschlagen hui tschüssi tschüssi ich versuche alles mitzunehmen was hier über dich einstecken kann den Rest musst du mitnehmen oder oder nicht ich bin voll ich auch das werde ich jetzt aber diesmal in der Aufnahmepause einsortieren und wenn du mit hoch kommst kann ich dein Sortler mit einsortieren jetzt mit hoch damit ich dann wieder den Weg hier runter finde ich nehme jetzt die Healbacken und renn einfach von dann direkt ja du hast gerade irgendwelche oder das TS hat wieder Macke auf jeden Fall warst du gerade ja du bist gerade du bist gerade Roboter also halt die Klappe ja nein okay wir danken natürlich fürs Zuschauen und freuen uns wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet wenn wir weiter ausbauen umbauen erforschen und immer wieder was Neues entdecken ja tschaui Roboter das DLC hat gerade einen kleinen Bug irgendwie das klingt gerade wie ein Roboter komm sag mal was ja sag tschüss tschüss tschüss